Hast du schon einmal das Wort Rhythmical gehört? Vielleicht noch nicht. Dann wirst du jetzt erfahren, was das ist. Und zwar ist dies ein Rhythmical zum Thema Straßenverkehr. Ich habe mir vier Sätze genommen zum Thema Straßenverkehr. Und zu diesen Sätzen macht man Rhythmen. Und alle vier Sätze werden dann am Ende zusammengesprochen und ergeben ein komplexes rhythmisches Lied. Ich zeige dir erst einmal die einzelnen Sätze. Und zwar geht es so. Das ist ja ein einfacher Rhythmus. Den kann man schnell mitmachen. Da kommt der Bus. Du hast gemerkt, ich spreche immer, wenn ich in die Hände klatsche. Da kommt der Bus. Das war der erste Satz. Der zweite Satz geht so. Und du hast wieder gemerkt, mit meinem Sprechen klatsche ich auf meine Knie. Der nächste Satz geht so. Mein Fahrrad hat eine Klingel, die macht Klingelingelingelingeling. 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 Hier sprichst du bei Fahrrad, Klingel, Klingelingelingeling und der letzte Satz geht so, Hub macht der LKW, Hub macht der LKW, Hub macht der LKW. Ich zeige dir jetzt mal, wie man die Sätze zusammensetzen kann und benutze auch Instrumente dazu, vielleicht habt ihr auch Instrumente, die ihr nehmen könnt und sonst kannst du das mit deinen Händen mitspielen. Viel Spaß dabei! Vielen Dank!